Kommunikative Fähigkeiten, mit diesen Menschen umzugehen, ist nicht in dieser Zahnarztpraxis gegeben, weil man dort doch in einem großen Zeitdruck ist. Das ist hier eher ein einfacher Rahmen. Hier ist eine umgebaute Zahnarztpraxis an einem Tag und man hat einfach genügend Zeit für diese Menschen, dass es wichtig ist, Angehörige haben nicht den Stress, die Menschen dorthin zu begleiten, in ein anderes Milieu, sie sind hier im gleichen Haus. Wir können auch auf die individuellen Gesundheitssituationen der Menschen im Haus eingehen. Das heißt, wenn der Mensch nicht zu zweck ist, kann er vielleicht am Mittag am Zahnarzttermin teilnehmen oder am späteren Vormittag. Wir sind ja sehr individuell, was der Mensch einfach braucht an diesem jeweiligen Tag. Geht es Ihnen gut? Ja, geht es gut. Alles gut? Alles gut. Wir haben deutlich bessere Mundverhältnisse, weniger Entzündungsprozesse. Es ist ja auch so, dass eine Zahngesundheit, vor allem bei Menschen mit Demenz, die sich weniger klar ausdrücken können, sehr zu einer besseren Lebensqualität beiträgt. Das heißt, sie können essen, sie können natürlich auch besser sprechen. Und Entzündungsprozesse haben ja auch einen Einfluss auf zum Teil Atemwegserkrankungen. Dadurch haben wir deutlich weniger Probleme. Schönen Tag noch, Frau Ulrich. Bitte gern. Ganz, ganz gern. Wir kommen wieder. Ich besuche Sie wieder. Gern.